Was wäre, wenn Sie sich selbst mit Kraft und Energie aufladen könnten? Ganz so wie Ihren Handy-Akku. Wie gesund, glücklich und erfolgreich könnten Sie sein, wenn Sie mehr Energie hätten? Möchtest du die Geheimnisse des Universums erfahren, denke in den Begriffen Energie, Frequenz und Schwingung. Die Cola Tesla. Vor sechs Millionen Jahren entwickelte sich die Menschheit in einem harmonischen Gleichgewicht von Frequenzen, Energien und Schwingungen. Dieses Gleichgewicht ist heutzutage empfindlich gestört. Massive elektromagnetische Strahlungen, Elektrosmog, WLAN, Handystrahlung, Umweltverschmutzung. Stress im Job. Stress im Privatleben. Mangelhafte Ernährung. Sie fühlen sich müde, schlapp, ausgelaugt und energielos. Sie leiden unter Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Schwindel, Hormonstörungen, Antriebslosigkeit, Depressionen. Zeit zum Auftanken mit den Ducatus Healthboards. Nur ein paar Minuten auf einem Ducatus Healthboard bringt ihr Energiesystem wieder ins Gleichgewicht. Jede Körperzelle wird mit dem optimalen Frequenz- und Energiespektrum versorgt. Quantenphysiker Harald Ganser entwickelte in 17 Jahren Forschung die KeyQuant Technology. KeyQuant Technology vereint das Wissen von Forschern und Physikern aus Jahrhunderten mit modernsten Erkenntnissen der Quantenphysik. Mit den Ducatus Healthboards holen Sie sich Ihre KeyQuant-Energie-Tankstelle direkt nach Hause. Wählen Sie das Ducatus Healthboard White für einen sanften Energiekick und die Regeneration Ihrer Zellen. Ducatus Healthboard Black Edition führt den ultimativen Powerboost mit dem stärksten KeyQuant-Energie-Feld. Weil Ihr Leben zu kostbar ist, um nicht jede Sekunde richtig zu leben. Schenk Dir Energie für die Dinge, die Dir wirklich wichtig sind. Schenk Dir Energie für die Menschen, die wirklich wichtig sind. Entfalte Dein Potential Erwecke Deine Kraft Erwecke Deine Kraft Erwecke Deine Kraft Erwecke Deine Kraft Erwecke Deine Kraft